Ja, ich seh immer noch gut aus und hallo und herzlich willkommen, willkommen zu Remember Me, vierte Folge und ja, wir sind dem Bad Request bis hierher gefolgt, in ein, ja, Atelier würde ich mal sagen oder sowas, ähm, ja und der Knickebrot hat mich angesprochen, ich soll euch das ComboLab nochmal erklären, auch wenn ich's, ja gut, in der letzten Folge hab ich's ja ungefähr verstanden, also, ComboLab, es gibt eine Dreier-Kombo und eine Fünfer-Kombo, nach derzeitigem Stand, ähm, die Dreier-Kombo fängt immer mit Linksklick an und die Fünfer-Kombo immer mit Rechtsklick, hab ich jetzt auch per Zufall rausgefunden, dann sollte man noch immer wissen, also Fußkicks sind Rechtsklick, Fäuste sind Linksklick, so, das ist erstmal so, wie man die Kombos ausführt, äh, dann deine Impressions, das sind die, äh, Skills, die du hast, wir haben derzeit vier Kraft-Impressions, die machen halt viel Schaden, zwei Regenerations-Impressions, die laden, ja, äh, die, ja, heilen dich und eine Auflade-Impression, die sorgt dafür, dass, äh, hier diese Sensen-Raserei, also deine Spezial-Impression, dass die weniger Cooldown hat ja, Raserei hab ich euch ja letztes Mal gezeigt, äh, und so würd ich eigentlich das Combo-Lab erklären, jedes Mal, wenn ich einen Gegner töte, krieg ich noch so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, hab ich jetzt nicht aufgepasst, so spezielle Punkte und wenn ich eine neue Stufe in den Punkten erreiche, kann ich mir eine neue Impression kaufen, das wäre dann zum Beispiel nächstes Mal diese Regenerations-Impression, wenn ich jetzt da hinkommen würde, wär's toll, also die da könnte ich mir dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder so ein Keyhub kaufen so, damit ich euch das jetzt schon mal erklärt hab, ähm, machen wir mal weiter hier hoch, hier hoch, hier hoch auf zu bimmern, hör'n, euer Chap ist da live und lebensrecht im Gewehr ah, nein, nein, nein Achte auf jeder Seite Aua Mal gucken, ob ich jetzt wieder in der Rechtsklick Rechtsklick, uns Namaste pofft Überlastung Rechtsklick, linksklick Rechtsklick, linksklick Linksklick Rechtsklick 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 Linksklick Rechtsklick Bumm Ah, okay Geil Nochmal, bitte Rechtsklick Linksklick Rechtsklick Linksklick Rechtsklick Warm, Junge Rechtsklick, linksklick. Auf zu bibbern, Bürger. Okay, der Damm ist gleich kaputt. Oh, ja. Komm, mal ab. Jetzt habe ich ja wieder so ein Key. Ähm, jetzt kann ich mir... dieses tolle Ding abholen. Das ist auch wieder ein Kick. Ich weiß nicht, soll ich das eigentlich mal so... Das ist ein Kick, ne? Ich lasse das einfach mal so, weil es so ist von der Handhabung besser, wenn man einfach so linksklick, rechtsklick machen kann. Ich gewähre euch, das Privileg, dabei zu sein, wenn ich für euch den Staatsfeind Nummer 1 erledige. Ja, Nelith, ich rede mit dir. Es gibt keine... Ja, komm erst mal her. Ja, du hast voll damit drogen, aber nur hart. Okay. Prüfen wir die Maße für Nummer 20. Also, das Bild wird... Gefunden! Das war einfach. Wir haben es geschafft. Hast du die Sicherheitscodes? Übertrag sie mir. Edge, deine Bitrate stürzt ab. Man versucht, unseren Funk zu krapern. Du musst irgendwo höher rauf. Quill, ich muss einen Siffer im Kanal finden. Gehen sie aufs Dach. Was sind das denn für Dinger? Nee, 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 nee. Nicht mit mir, Jungs. Nicht mit mir. Kacke. Schneller, 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 schneller. Rüber! Nein! 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 War so. Wieso? 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 Ja, schon. Come on. Jetzt schaffen wir's. Jetzt schaffen wir's. Jetzt schaffen wir's. Jetzt. Ach genau, das sind jetzt einfach mal zwei Bilder. Oh, toll. Ach komm, ey. Leck mich doch. Oh, Mann. Kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ich krieg das hin. So, jetzt stehen die still, ne? Nein! Du warst zu weit. Das war zu weit. Komm schon. Bleib stehen. Ja, genau. Gott, nee. Ey, komm. Hä? Okay. Ich komm mit der Störung immer noch nicht klar. Mann, ey. Come on. So. Ihr steh. Hängt. Stopp. Ja. Ja! Endlich! Endlich! Schneller, schneller. So. Gott, ey. Ah, Mann, 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 Mann. Wohin jetzt? Dreh dich kurz um? Ja. So. Ein Bild. Wir sind voll. Ah, und so Ventilatoren-Dingern. Die sind. Müssen. Da. Ha! Fokus-Boost. Zwei von fünf. Nelin, hörst du mich? Nelin, hörst du mich? Ich höre dich. Ich hab Kids-Melbury-Umgang. Schick mir die Codes. Schnell. Okay, ich lade jetzt hoch. Perfekt. Jetzt müssen wir uns nur noch in den Hauptrechnern des St. Michelle-Dams hacken und... ...auf frischer Tat ertappt. Schamlose Erroisten. Nelin, nach all dieser Zeit noch immer auf der Verlierer-Seite. Können wir uns? Du warst eine der besten Gedächtnisjägerinnen. Ganz klar. Vielleicht die beste. Aber so eigensinnig. Und was kam dabei raus? Eine Verbrecherin. Gejagt in Kopf voller Löcher. Politische Ideale? Wie schrecklich altmodisch. Spuckst du immer so rum? Oder nur, wenn du auf Sendung bist. Du warst ja schon immer ein großspuriges Großmaul. Wird das schön? Zeit für die Christmas Show! Pause! 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 Na komm, Junkchen! Sie hat Mumu! So, und wieder drei Millionen Zuschauer! Oh, hey, Kit! War das alles? Komm, Kit, lass dich gehen! Keine Regeln, keine Fouls! Ach, komm! Das schaffst du! Also bis zum bitteren Ende, wie? Du musst schon sagen, sie hat Mumu! Ach, komm! Ich wollte doch gar nicht! Ciao, Junge! Aua! Ein Geschenk von mir! Oh, und wieder drei Millionen Zuschauer! Okay. Es ist Zeit! Nun trefft! Den Sterner! Ja! Ja! Anzahl! Ja! 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 Ich bin schon angekommen! Nämmer ein! Fresst recht! Pferd die Fresse! Hast du dein Weihnachtsgeschenk?! Hey Junge, treff erst mal! Ich warte einfach erst mal ab, bis das Ding wieder ab ist. Ah, Weihnachten, das kann zählen! Wer nicht treffen kann, sollte mal Zielunterricht nehmen. Hast du dein Weihnachtsgeschenk? Das hast du gespürt wie? Komm, das schafft! Scheiße. Komm aus dem Knick, sonst machst du nicht lang! Aua! Hallo, ich bin immer noch eine Frau, also wirklich! Jetzt war's das für dich! Bada boom, Baby! Gut gemacht, Mädchen! Du bist nun im letzten Teil der Show! Sei still und kämpfe! Ausgezeichneter Vorschlag! Es ist Zeit für... To the New! Na los! You're an soi! I'm getting married! Nooooooo! Nooooooooooo! Make this good Christmas! Christmas! Sie will eine Show haben? Bitte sehr! Boah, ja genau! Ja genau! Ja genau! Willst... Willst mich verarschen, Junge? Jetzt, Chris! Ich muss sagen, die hat nun! Freistag! Ha! Bei dir sieht es so aus! Ach genau, ja! Sei halt noch unfairer, du! Nelndasch! Nelndasch, Basti, ey! Das stehst du nicht! Bleib unten! Ha! Weihnachten! Das ganze Jahr hindurch! Ja! Hahaha! Huh! Naus, yo! Mein Geschick! Okay, Junge, jetzt war es das für dich! Das war dein Todesurteil! Alter, ich kann doch nicht wahr sein! Ist das n' Kack, ey! Sie will eine Show haben? Bitte sehr! Ah, okay! Ah, okay! Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Das tut gut! Das hast du geschwört, Team! Der Chappen war der Chappen! Aua! Ah! Du... Spacko! Okay, lange habe ich es raus! Lange habe ich es raus! Lange habe ich es raus! Okay, Junge! Das war's für dich! Oh, jetzt bist du dran! Oh, jetzt bist du dran! Hahahaha! Puh! Naus! Keine Regeln! Keine Faust! Scheiße! Aua! 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 Aaaach, komm! Okaaaay! Das ist Kacke! Nochmal! Oder was! Ah nee, nur das Ende! Ah, okay! Ah, okay! Jetzt habe ich... Aua! Aua! Okay, jetzt ist aber mein Tokus am... Okay, ich muss ganz oft meine... Okay, auf einmal... Ich hab doch links klick gedrückt! Na, danke, nochmal... Gut, ich lad mein Tokus auf... Gut, ich lad mein Tokus auf... Gut, das tut gut! Noch und wieder 3 Millionen Zuschauer! Ah, okay, langsam hab ich's raus! Was? Okay, 3, 2... Okay... 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 Wo bin ich? Aua, da... Okay... Ja genau, nur ich krieg davon schon... Komm! Sie will ne Show haben! Bitte seh! Komm! Mein Geschenk! Lass mich gehen! Böhm! Fress dich! Pfeffer ein Interesse! Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Buh! Buh! Nau so! Okay, jetzt weiß ich zumindest schon mal zwei Schritte, der Combo, die am Ende kommt. Okay. So. H-Ausgewichen? Nein! Links-Click gedrückt! Okay. Fokus aufladen? Bei dir sieht es so einfach aus! Das hast du gespürt, du! Ach komm, ich hätte mich nicht im Show rumrollen. Ich werde dir gleich ein anderes Geschenk machen. Ich werde dir gleich ein anderes Geschenk machen. Ich werde dir gleich ein anderes Geschenk geben! Bitte schön! Hu, Mauso! Das hast du gewonnen! Du willst ne Show haben? Bitte schön! Nicht verkacken! Zack! Zack! Ach, Kid. Nach all diesen Jahren. Noch immer auf der Verliererseite. Nein! Nicht hier! Nicht vor meinen Fenstern! Nein! Nein! Halt! Lass uns reden! Ich geb dir! Nein! Ah! 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 Bye Bye! Bye Bye! Nett! Ich hab die jetzt! Mellon, dank der Codes, die du mir geschickt hast, beginnt der erroristische Gegenangriff in wenigen Minuten. Nutz die Verwehrung, um hinaus und zum Slum 404 zu gelangen. Wie kann ich den denn... Ah, jetzt hab ich's. Ah, so. Nottür. Ich bin Lillen. Dieses Mal erinnerst du dich an mich. Heute Morgen um 10.47 Uhr heulten in der ganzen Stadt die Sirenen, als der Saint-Michel-Damm plötzlich brach und sich mehrere Milliarden Liter Wasser aus dem Saint-Louis-Stausee in den stillen Bezirk Saint-Michel ergossen. Wie diese Saint-Cen-Bilder zeigen, verschlang die gigantische Welle alles auf ihrem Weg. Das Ausmaß der Katastrophe ist derzeit noch nicht bekannt. Doch die Neopariser Behörden sprechen bereits von Dutzenden Toten und mehreren Hundert Vermissten. Auf der anderen Seite des Stums blieb das plötzliche Sinken des Wasserspiegels nicht ohne Folgen für die Bewohner von Slum 404, ein Viertel, das für häufige soziale Unruhen bekannt ist. Die Sabre-Einheit wurde sofort in das Gebiet entsandt, um mögliche Unruhen im Keim zu ersticken. Tatsächlich wurde durch den nun leeren Saint-Louis-See die Isolierung der Bastille-Festung aufgehoben, wo die gefährlichsten Kriminellen von Neoparis einsitzen. Bleiben Sie dran, wir bringen mehr. Mit den Architekten-Codes, die ich gestohlen hatte, sabotierte Edge den Saint-Michel-Damm und überschwemmte die Komforte. Er meinte, jenen, die nur an ihre eigene Bequemlichkeit dachten, sei es Recht geschehen. Warum habe ich getan, was er wollte? Ich hätte die Stadt verlassen können und mir woanders ein neues Leben erfunden. Aber ich wollte wieder Staatsfeind Nummer Eins werden. War es Teil dessen, was ich bin? Haben wir den Ausgestoßenen von Slum 404 Gerechtigkeit gebracht? Oder hat mein Handeln zusätzliches Leid verursacht? Nur Militante glauben der Zweckheilige immer die Mittel. Edge sagte mir, mein Gedächtnis würde seit meiner Verurteilung in der Festung Bastille verwahrt. Ich muss dorthin und mein wahres Ich finden. Der einzige Weg in die Bastille führt durch das Gedächtnis von Johnny Greenteeth. Ein schräger Vogel aus Slum 404. Einziges Problem, keiner weiß, wer er ist und wo er sich versteckt. Episode 3 Starke Spannungen, tiefer Ausgang In diesem Bezirk herrscht eine temporäre Ausgangssperre. Bleibt sie im Haus. Die öffentliche Bewegungsfreiheit ist bis auf weiteres eingeschränkt. Okay. Das sieht hier übel aus. Ist sie zerstört? Aber ja... Ein Bild! Irgend so ein Schild mit einem Cocktailglas. Mal gucken ob wir es auf die Schnelle finden. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ja, ist ja auch egal. Da ist es! Da! Nächsten Set-Patch gefunden! Da! O 잠st mal an! O 잠st schon mal an! O 잠st nicht passiert! Ist das nicht zu stare? So gut! Hier bin ich aber... O 잠st nicht. O 잠st nicht. Warum nicht? Dann bin ich gar nicht. Das ist doch ein Schild und ich breite. Du manchmal, mein Scherz. Ich feiere in so'na... Alter geil, ne Sechser-Kombo! Und die fängt mit Faust an. Ah, achso, es wird diktiert. Faust, Kick, Kick, Faust, Kick, Kick. Okay. 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 So, egal. Ich bleib jetzt erst mal bei der 5er und der 3er Combo. Okay, 3er Combo. Mann! Hört doch mal auf, Jungs. Ihr habt doch eh keine Schnitte. Okay. Okay, hier ist das mit dem Feuer. Ja. Von wie saßt du denn, hast du denn da drauf geguckt? Von hier doch. Irgendwie so. Da! Patch gefunden. Ja. Oh. Ah genau So kommen wir hier weiter Willkommen bei Maggie Fox zuerst los Zulitisch unkorrekte Nachrichten und allgemeines Blatt-Ratoren Lass mich raten, das ist dieser komische Green oder wie er hieß Junge, warte Doch, eben, auf mich Oder auch nicht Na danke Heile deine Traurigkeit Nimm meine Augen Schiff links klicken Ja, würd ich gerne Der kommt ja nicht mal zu mir hin Warte 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 Komm ja, Junge Daniel Und Entstehen Ich lass mich Danke! Nein! Gut! Was ist denn das? 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 Aua! Ah, ok! Das war's mit deinem Buff, Junge! Oh, komm! Lass mich doch die Fünfer kommen! Ok, nochmal! Ok, das war dumm! Egal! Ok... Wie kann ich so zwei so Dinger aufmachen? Da war doch irgendwo so'n Foto! Da! Das scheint... ...ein... ...buntes Dach... ...zu sein... ...ein nicht werden möchte. ...20. Jax, diese Werbung, die kenne ich. Ein gutes Zeichen, Schwester. Dein Kerngedächtnis hat der Behandlung widerstanden. Ein Happy Place-Produkt. Happy Place. Hier wohnt der Spaß. Jax weiß alles. Jax kann alles. Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn. Zum seiten fünfundzwanzigsten Geburtstag ist Jax nun wieder da. Mit tollen Neuheiten, die ihn zum beliebtesten Spielstaus der Saison macht. Jax, der Panda, ein Happy Place-Produkt. Wow. Da ist so ein buntes Dach. Nein, du solltest schon da rüber. Müsste hier irgendwo einer liegen. Wow. Wow. Jungs. 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 Macht keine Scheiße. Den Kuss. Jungs. 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 Da ist meine Augen! Ketten Impression übernimmt und verdoppelt den Effekt der vorangegangenen Impression. Ketten Impression übernimmt und verdoppelt den Effekt der vorangegangenen Impression. Ketten Impression übernimmt und verdoppelt den Effekt der vorangegangenen Impression. Ja, super. Wo ist denn die kleinen-! Nochmal Mitte? Ein kleiner wäre gut. Huh. Faust. Kick. Kick. Faust. Kick. Kick. Komischerweise. Wieder falsch. Aua. Ja, wo sind die kleinen, Alter? Boah, Mann. Gehst du vielleicht auch mal drauf? Danke. So, ein. Ne, zwei noch. Jetzt probieren wir mal die 6er. Faust. Okay, nochmal. Faust. Kick. Okay, er hat verteidigt. Komm, Mann. Faust. Kick. Kick. Faust. Oh. Okay. Ich muss irgendwie auch... Faust? Kick. Aua. Okay. Du nervst, Junge. Wirklich. Jetzt ohne Spaß. Faust. Wackelnd. Ach, du nervst, Junge. Jetzt hör endlich auf mit diesem Scheiß. So. Das war's jetzt aber, oder? Wann es auch, wer was zu melden? Ähm, nö. So. Und da wir das jetzt nur noch endlich geschafft haben, werden wir die Leiter nächstes Mal aktivieren. Wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu Remember Me. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020